So, jetzt gehen wir mal rein. Hier sehen wir so eine Bergbank, die können wir dann später entfernen, wenn wir hier nichts mehr reinbauen wollen. Aber zuerst einmal können wir jetzt hier ein paar, dafür brauchen wir noch Nägel, dafür brauchen wir jetzt feinige Lederstreifen, also können wir bis jetzt nur eine Feuerstelle bauen. Dann müssen wir nochmal raus und paar Nägel und so weiter machen. Ja, wieder dieses Scheiß. So, jetzt können wir wieder den Zeichentisch benutzen und können wieder was Neues hinbauen. Da sieht man, wir können die Bergbank entfernen. Und hier können wir jetzt, bauen wir dann wieder bald ein neues Haus hin, ein neues Zimmer hin. Ja, dafür brauchen wir ja Eis und das tun wir schnell mal alles wieder machen. Dann Nägel. Und ein Schloss. Ja, dafür brauchen wir jetzt zwei. So. Ey, da können wir nochmal was bauen. Ein Stall. Ein paar Materialien. Da brauchen wir nochmal ein paar Nägel, Scharniere und Eisenbeschläge. Da. Warte. 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 Ja, jetzt haben wir hier ein paar Sachen. Da haben wir den Stall. Dann gehen wir mal rein. Da haben wir auch schon eine Tür. hier. Aber leider bis jetzt noch nicht, ist das noch nicht fertig und deswegen können wir ja da noch nicht raus gehen. Jetzt können wir hier zum Beispiel eine Kommode und so bauen wir mal so ein Tischchen mit Fässer, Bleitisch, Kommode und mehr können wir auch nicht. Jetzt haben wir hier schon wieder was gebaut. Da, ein paar Sachen. Wie viel Gold haben wir denn überhaupt noch? 2000, also dann können wir noch ein bisschen weiter bauen. Ich habe jetzt einen Schloss im Dramat. Dann sehen wir mal wieder. In das Mittageln. Wir kommen wieder dazu. gut dann schauen wir mal was wir alles jetzt brauchen als wir werden bruchstein gebrauchen eisenbeschläge eisenbahn schauen wir mal wir können ja gleich sonstiges und damit haben wir einen schleifstein auch schon stroh brauchen wir gut dann geben wir mal karte kaufen uns den falken ein paar sachen da ist auch schon die schmiede vielleicht können wir noch schnell was kaufen dann warten wir schnell mal ein paar stunden so geht es immer ein bisschen schneller noch zwei stunden ja ich warte sicherheitshalber zwei stunden und da ist auch schon stahl ist gut loyalität ist besser ich bin zuallererst den geier und dann dem kaiserreich gegenüber loyal nur die mutig ein blick darauf ein paar lederstreifen werden wir gebrauchen und wieder ein bisschen eisenbahn objekte was euch denn alles bei mir überhaupt und nein jetzt habe ich was falsch ist weggeworfen ihr habt da drüben ein teil eine rüstung fallen lassen ich hatte gehofft dass ich es nun ja haben könnte nun ihr solltet es euch besser holen bevor noch jemand anderes auf die idee kommt nicht wahr vorsicht sie sperren euch vielleicht weg wenn ihr nicht wenigstens eine rote ja ich weiß so jetzt ja ich habe wieder alles es tut mir leid ich sollte ihr werdet die männer hier in windeseile um euren finger rufen so dann gehen wir dort wieder hin und bauen ein paar sachen ja bruchstellen haben wir nicht Ja, Stroh und zwei Eisennägel, daneben machen wir schnell nochmal zwei Eisennägel. Ach, zwei Eisennägel, da habe ich mich verlesen. Und so bekommen wir immer mehr hier dazu. Da, die schmelzelt auch schon. Gehen wir mal bei der Karte hin und gehen mal nach Weißlauf.